hallo herzlich willkommen zurück der fran mit dabei ist nur der toni der plankwolf hallo und mit dabei der gar der toastie in aufnahme der jacko und ganz neu keiner von uns ist fallensteller wir sind alle gute läufer mehr oder weniger das mit dem gut müssen wir noch sehen definitiv ja bei welcher das bild kommt darüber ja das kommt vor und danach nach einer zeit natürlich zurück ganz kurz ich bin es mal ich sehe nichts ich kann nicht sehen wichtige frage ist da eigentlich eine und kann eine falle auslösen ich sehe es nicht er kann auslösen warum kann ich nur beobachten nicht mehr frei rumfliegen kannst du wenn du ich glaube strg ich glaube links control das ist korrekt also ich habe eine idee du springst auf blau ich springe auf kann wunderbar danke wir machen 50 50 ich habe meistens unglück weil das habe ich im toastie und toni auch schon gemacht macht man ja auch ich gehe auf grün du bist auch blau kann man natürlich auch überlaufen ich wollte gerade vor ich hätte so glück gehabt ein leben verloren da kommt mit kompetentur geben zweimal das hier geht nur einmal okay das ist ja auch nichts mehr es will sie verarscht nur die hochgeschäft lauf da ist keiner sagen da steht lauf 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 jetzt nicht mehr haha lutscher ich habe erfahrung in dem spiel ich bin pro ich habe schon ich habe schon vier stunden gespielt vier stunden noch wir drei tostie toni und ich schaffte das ihr habt ihr habt nur noch den wie heißt der imf turbomente gegen euch was passiert noch mal zurück und ich will mal gucken die zielt eigentlich als die sind einem clan die machen euch platt das sind absolute pro gamer in das run das sind cheater das ist alles ich bin auch in der world championship das ist aber real life also da stirbt man hat echt ist das nicht der neueste trend beim e-sports auch das ja ja das ist bei counterstrike aber kacke oder ja da wird es aber auch noch nicht real gemacht weil die anwälte noch ein paar sachen klären müssen ja aber counterstrike ist auch out wenn man hier das von feuer brennt richtig ja ist das cool wollte das nicht auslösen hatte das schon ausgelöst der hat nur die ganze zeit drauf geschlagen was passiert hier kann ich etwas auto gehen nee oh da sind die humus hallo da links die beiden bodyguards humus muss hoch springen dann siehst du sie in der weide mit einer position und seine waffe in der hand hätten das problem ist wir haben nur noch zwei drei viertel jetzt doch da kommt was komm herauf ach jetzt ist wieder 50 50 ach da bricht 1 weg oder ja zwei brechen hier ist sehr geschickt hallo ich bin hier noch richtig ich war noch nie bis hier hin gekommen ich weiß jetzt auch nicht welches von denen gut ist die mitte die fangen sich an zu drehen oder auf jeden fall kommt da drüben so ein teil rüber und kreieren ja man drehen lassen und das teil kann rüberkommen du kannst du es nicht schlecht machen wir machen wir machen jetzt platz mir das brauchst du hilfe ein auslösen ich ja aha was du bist du wir sollten uns absprechen ok du bist da alles klar was natürlich gegen die kann man hier durch das gebäude durchgehen gucken was ist das war eine flash ach die können auch vielleicht bei uns schmeißen oder das können manche die könnte es kaufen ok hat das bild ausgelöst von euch ich okay ein auf grün eine auf blau ich verliere auch wenn die hälfte schon kaputt ist also gerade eben sagt du schaffst das schon der kann nichts die können alle nichts guck mal wer da steht da sich toastie da links sieht man den blank oder fällt jemand runter wo ist blank ich sehe kein blank da ist er weg schön gemacht sehr gut ja ich bin zu weit gesprungen hallo noobs hallo ja die flashbangs die nerven halt wenn man einfach gar nichts mehr sieht ja um andere das noch nur einmal eine pro minute machen was wir da aber schon hatten ist da hat jemand schön gar so jetzt heißt es gar und ich gegen tony und blankwulf interne duelle ihr noobs hier ja wir sind in der unterzahl zwei gegen zwei ja ihr seid in der beste position mir egal du bist hässlicher aufgeblendet also werden geblendet glaube ich ja ich wurde gerade nicht geblendet ja da ist eine unsichtbare wand zwischen ja auf action die wetten ja ja die wetten gelder stehen auf tony sehr gut wer war richtig gut willst du das hier machen ich bleib hier oben alles klar bleib ich hier was war denn hier ach hier war die fallgrube ok kriegt er nicht mit tony today tony 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 was war hier bei mir jetzt nochmal okay der war ich das richtig gut sehr gut gaco ist feinstelle noch sechs runden danach wird auch die aufnahme beendet wir machen das immer gerade ein promet ja gut das bild ist schon durch wieder zu langsam das kam auch wieder zurück ist das jaco der cut steht ja das ist hier irgendwie anders als wenn ich spiele das ist nicht gut ja vor allen dingen bist du als fallen stelle auch sehr viel schneller als das meine ich das ist ungewohnt jetzt alle hier runterspringen da ist der krean das krean blenkwulf du gehst durch ich lenke ab los geht's hallo ja da ist aber auch so ein schildkröten kopp hat hallo aber ich habe da eine ganz andere spur es hat mich 74 hp gekostet das war nicht nett wie machen wir das ich weiß es nicht kann man da irgendwo ein safe spot finden nicht dann zu weit rechts da kam der baum doch mal so wir verfolgen jetzt tost die alle augen hier ich war kacke ich bin zu fahrladen ich will doch zurück tut mir leid ich bin fallensteller ich bin doch nie fallensteller kommt das ist noch nicht verdient bist du da alles klar bin ich hier schon wieder weiter als drei fallen kommen diesmal ort zum glück war es grün nein ich war zu nah dran ich war das nicht ich weiß der papa kann nicht aber du auch nicht der geschickt ich bin gerade allein wo ist denn der andere da ist ganz hinten dann kein bock mehr da steht er am letzten falle dies böse vielleicht wieder nichts und cool und cool es kommt gleich eine flash weg ich stehe hier du sagt verpiss dich das ist meine falle verpiss dich ja sekunde ich hab wieder nichts gesehen wie in der flash die kloppen sich da oben verpiss dich ah verdammt voll jetzt verpiss dich richtig sagen wenn das feuer aktiv ist aktiv aktiv ist aus jetzt lasst du bist so ein voll idioter ich schwöre kein admin da irgendetwas machen kann blänkow ist der letzte von uns dazu alles auf blänkow ich sehe nichts mann selbst als zuschauer wird man geflecht was eine rotze denkt wo ich hier immer noch eiskalt ja dann weil er ständig die flash wirft er hat die nächsten auch schon ausgelöst perfekt oh blänkow ist der allerletzte schafft er diesen legendären sprung erschaffen ja der löst einfach alles aus ja ist ein vollidiot alles ausgelöst ja kannst du voll vergessen diese trottel verpiss dich das für ein spaß das ist nur ein schnitt weiter so ist das langweilig da steht er will das entblendet haben ja party so ein vollidiot der hier kommt die lasershow oder was gute schöne lasershow oh was machen wir denn so ein vollidiot der links mitte rechts mitte kommt man kommt ist die frage ob man den sachen vertrauen kann die drüber stehen geht nicht du musst dich kicken ach manu die ist verpackt das ist die verpackte du kannst du nicht töten wir sind sicher und scheiß erst mal waffen rumwerfen premium und server waffen funktioniert das kennen wir noch nicht so gut ja du musst dich töten was muss ich muss sich töten muss kill in die konsole angeben oder hier mit ausrufezeichen ja ich habe super leistung hinterfragt ich habe das spiel gerettet ja definitiv eindeutig ob es jetzt hier der fallen stelle ich schau mal einer an da hat er spaß er freut sich schon drauf ja extreme ich schaffts du schaffst du ja voll ins nichts springt der eine luft alles loops außer muti das sowieso oh flächbanks also seht wieder mal blind man sieht nichts flächbanks ihr könnt ruhig zulaufen ich werde auch nicht auslösen ich verspreche es wenn du das sagst dann laufe ich jetzt einfach mal warum bin ich jetzt einfach mal in die luft geflogen weil du da reingefallen bist also umso länger ihr da steht umso mehr sterben ich finde das los kian lauf flächbanks also wir machen die jetzt nichts mir 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 ach verdammt ich hab's versucht durchzukommen ich hab's versucht ich hab gehofft dass er es nicht sieht dass ich da durchkrabbel er löst den blauen aus ich seh eh nix so wem verfolgen wir denn mal ich würd mal sagen wir verfolgen mal den jacko ne das seht ihr ja eventuell wenn ihr bei der bucket vorbei schaut mach mir keinen stress ich verfolge auch jacko jacko du schaffst das ich verfolge ja mal blackie so viel zum thema weißt du das war der stress ne ja komm was was hat mich jetzt erwischt äh karton ne echt alle tot ja nur noch bei wer dann bleibe ich vor unserem fein steller hier ja du schaffst das yeah ich bin über der dritten hürde noch zwei test objekte ich glaub mal die punkte verteilung kreieren ist absolut scheiße oh äh ich bin viel viel besser ja äh wie viele fallen gibt's eigentlich äh wie du bitte wie viele fallen gibt's eigentlich äh äh habt ihr auch gesehen einfach mal nachziehen also das erste ist das dann kommt das burns bild dann kommen diese beiden stufen dinge dann kommen die fässer dann kommt das drehteil dann kommt der baum dann kommt dieses schiebe ding dann kommt das loch dann hast du die explosion vergessen das ist doch diese fässer ding dass er so kommt nein nein das nach dem fässern da kommt eine explosion bei den schmalen gang jetzt hast du mich komplett durcheinander gebracht vielen dank auch blank oder schön 19 fallen aber was warten wir jetzt eigentlich 19 also es muss man bloß 20 leute sein dann kriegt das easy gewinnen hehehe oh jetzt machen wir hier die vogelperspektive und der flashbang ja aber bei jeder bei jeder einzelnen falle äh gibt's ja bei manchen fallen noch mehrere knüpfe hallo ja auch wieder muss man ja noch dazu zählen wo seid ihr alle denn du darfst aber jede falle nur einmal auslösen manche aber manche haben halt automatisch das war die kreise drehen lassen und den beiden noch drüben lassen und danach hast du bei der einen falle sogar vier knöpfe weil du unter aussuchen kannst welche von den beiden seiten geblockt werden soll oder platt gemacht wird ja du hast schon mehr möglichkeiten wir sind ja immer noch hier es gibt ja auch diesen alten und der rennt dauernd hoch und zurück und zurück und vor man kann nicht durch die kisten gucken das ist gut zu wissen zerstört dieses spiel eigentlich noch mehr freundschaften wie ttt äh ähnlich 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 achso ja ich glaub nicht ganz schön dauerhaft ach deswegen habt ihr alex nicht mehr dabei halt's mal ja nein da ist er durch da ist er durchgeschaut da hat er durchgerissen ich hab den salespot gefunden ich hab deinen kisten salespot gefunden cool das glaubst du der wind von den kisten nimmt dich dann mit oh ok also das größte problem ist ja echt hier nur an die schalter hinzustehen weil bis ich den überhaupt rette richtig wenn man so abgefahren schnell ist nein komm schon jetzt zieht er durch jetzt rennt er guckt euch das doch mal an jetzt muss natürlich entscheiden worauf geht er er guckt euch die hummus an hier zeiten wir mal ganz kurz die hummus hier die bewegen sich ja sogar wird man von dem da schlossen er versucht über die mittel das ist nur täuschung ja erstmal hat er die wand blieb ok er hat die check geschehen oh da ist er tot so noch drei runden ja ich bin ja ja und tost diesem fein stelle ja wenn ich auch immer drüber die können ja nichts ja sie haben die kopf vergessen ja gut dann schauen wir mal wieder zu wie die anderen rumloben oh da ist er matscht warte ich bin mal so nett oh da hinten hat er einen vollzenmatsch nee der ist durchgekommen oh mein gott war das knapp krass das sah nicht so aus hab ich jemanden nein oh bebe hat wieder gesagt ich will nicht mehr er hält den druck nicht aus ich konnte da hat ein hat sein richtig zerfetzt gerade da ist kein sales glaube ich nicht ich wollte gerade sagen tun ich stelle mich vor ihr vielleicht sieht er das dann nicht ja ich bin gesprungen offensichtlich nicht wir wollen keinen druck aufbauen aber wir sehen dich jetzt alle ja ja haben wir da sind ich weiß auch nicht wie man da reinkommt ich weiß auch nicht wie man da reinkommt ich komme wieder zu dir das ist ausgelöst worden das habe ich gesehen feuer feuer hilfe feuer feuer sehr schön hast dich heldenhaft geopfert diese opferbereitschaft das ist auch mal schön zu sehen wer ist noch da krieren oder wer ja krieren ah den kriegen wir ist denn der ist denn der ja er sneet sich da an er sneet sich ganz links an ich sehe ihn doch waren bei euch auch lex hallo wenn ihr wenn ich euch nicht sehe seht ihr mich auch nicht da sieht man auch mal welcher wieder auf welchem alter krieren seinen kopf arbeitet ja und das ist schon hohes level ja also er ist noch vollbetrieb trau dich mach ich doch jetzt er guckt weg krieren er kommt weg feigling feigling ok krieren krieren bist du rechts oder linkshänder ich bin rechtshänder geht euch die mitte gebe ich dir eine chance oder gebe ich dir keine chance kreise was war das denn ich dachte du kannst da zweimal drücken dass wir immer wieder herunter fahren mhm das was gedrückt wird bleibt oben ok ich habe keine ahnung welche von beiden ich hier drücken soll und was dann passiert bei einem kommen sachen runter beim anderen drehen die sich dann noch ach ne ach ne jetzt drin wo ich hab da ich hab grad angst dass das teil von hinten wieder zurück geschlagen kommt wie bei anderen maps oh bebe jetzt mal mehr so platt ja endlich mal so machst du dir eins mach ich dir eins ich weiß nicht schlimm da ist trotzdem trocken verdammt schön so tony rechts oder links mit mit smiley hallo wir rennt gar niemand drüber doch alle hier sind noch nicht aktiv die die ganz kurz mal durch und gucken ob da echt jemand ist der eine hat verschreckt schon sein der haut ist verloren wow warum fliege ich denn auf einmal nach hier hinten was soll das jetzt ich bin wieder da und war da jemand nein der dachautomatischen hallo baby hallo hallo guck mich an guck mich an hallo ich kann auch mit der crowbar winken komm mal näher ich will in die frisse hauen damit das ist gesund ja krean hast du nicht gemerkt dass du bis zum schluss durch gehst ja bei dir kann da nix mehr schief gehen oha oha komm krean du schaffst das ey da steht halt einer drin schön gemacht stand da drin na da schön zerfetzt ja ich möchte mal mein save spot aufprobieren ok warte mal bis er da steht ähm können wir mal fast machen weil einer von uns nicht da ist das meinst du ist ein save spot aha nebenleben du stirbst mach 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 nein haha soviel dazu war sehr sicher also eins können wir sagen du warst dir sicher ich war mir sicher aber mehr auch nicht ja dadurch war es doch ein save spot ja für die anderen du bist da alles klar ja oh jaco habe ich dich hier nicht wenn man da draufkommt ich habe gedacht ich kann mich drauf stellen so tony und xerxes xerxes der der motherfucker level 90 bad motherfucker der versucht auch in dieses loch rein zu kommen gleich wird auch einfach fragen ja prügelt die flech da raus das ist wie die amerikanische polizei versucht auch geständnisse raus zu prügeln klappt für hinten und drücken da dahinten die tür von dem haus geh mal nach links tony tony geh mal da hinten zum haus da hinten über das rote nochmal weg wir können sie nicht mehr auslösen da in das jetzt zur tür und da drückt mal i und jetzt kannst du rein jetzt gehts toll jetzt hat der andere die flash haaa geht bei der homer nämlich auch irgendwie hopper nämlich auch rein lauf du hast die flash du darfst jetzt laufen danke kann ich hinten in den lkw rein kann man vielleicht der lkw fahrer schokolade dabei haben nee aber die homers laufen dann nehmen wir her danke was wenn du ein flash meister wie nee wenn du den homer x kommst nehm ich nicht ja es war der smoke nice man sieht halt trotzdem noch alles schön gestochen scharf richtig brennt sich dann bei dir ein oh da hat er glück gehabt der tony ja da hat er glück gehabt ja das ist einfach skill du kamst ja grad noch so durch nein aber wir haben gesehen dass es aktiviert wurde hake brauche ich jemanden der mir sagt ob da feuer ist feuer ist an nein ist noch nicht an keon verarschi nicht das ist wohl art ich verarschi lieber sie das brennt bei dir immer ah ok nein ja jetzt ist es an äh tony feuer oh mal gucken ähm so da ist die folge vorbei will ich mal nein es gibt noch eine runde eine runde gibt es noch und danach wird gewählt ich bin mal nach minecraft die kenne ich nicht wie sie jetzt die haben wir schon gespielt jaco doch das war die random shit ich weiß wollt wieder die ist cool eis weil die hatten wir schon was was warum leuchtet bei mir auf an der mara fucker level 90 was warum kriege ich diese anzeige die ganze zeit und warum geht die nicht weg übrigens keiner von uns weil die am ende der runde weg ist übrigens keiner von uns ist fallensteller sehr schön das heißt wir gewinnen wir machen das jungs man sensation was ist das für ein alien ey du alien guck mich an hier ein guck mal da ganz schlimm ist wenn du ähm musst du aufpassen wenn du im spectator mode bist und diese person das spot ist dass du nicht mit der kamera mit der maus nach oben gucken das ist nicht jugendfrei musst du aufpassen verdammt zu kurz jetzt ist er ist so ach krihan ja ja es ist so das hat mich gerade schon die ganze zeit gemacht kann ich nicht ich war noch am leben krihan lädt die folge jetzt auf YouTube hoch nicht auf YouTube ich kann es erst jetzt machen hier guck das meint ich so fertig wir folgen wir folgen wir folgen ich wollte gerade sagen Tony daneben nicht verfolgen wir mal den Chaco ne erstmal Blankwolf ich folge Blankwolf der steckt nie gleich oh ihr kennt euch so langsam oh Chaco ist noch da ja wir folgen jetzt Chaco geh in die Tür und hol dir die Rauchgranate die Tür ist schon aktiviert die Tür ist schon aktiviert achso die ist schon aktiviert okay einfach jetzt links rein und die holen jawoll jetzt hast du smoke jetzt irgendwie ja hast du smoke einfach werfen einfach werfen sehr clever ich glaub für dich ja ja ich hab gedacht eigentlich dass das nächste erst die Falle ist und nicht dass da auch eine ist das war Premium das siehst du auf der Straße da sind die Streifen nicht mehr da überall wo die Fallen sind man sieht oben rechts den Knopf halt davon abgesehen aber man muss halt auch verdenken und der sollen wir nicht unter den Rock gucken oder was ja dieser Katze also halb im Boden hängst ja 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 da geht was hier ja kommt dieses schöne gephotoshopt mit soem Bild ohne Hintergrund einfach quadratisch daneben meine Freunde So, ich hoffe, ihr hättet Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.